Tja ihr Lieben, grüßt euch. Nächster Trailer. Eigentlich habe ich schon einen Film mehr oder weniger fertig, weil ich gedacht habe, ich werde ja bei YouTube heute Morgen um 12.01 Uhr oder kurz danach gesperrt. War dann auch tatsächlich von 20 Uhr bis 1.30 Uhr hier gucken immer mal wieder, ob was passiert ist. Nein, ich bin noch da. Deswegen die Ankündigung für das nächste Video, das ihr natürlich bei VK, Telegram oder Bitshoot euch anschauen könnt. Ja, wird so die Überschrift den Titel haben. Moment. Wie lange ihr Eltern wollt ihr das Glück dahingehend überstrapazieren, dass euren Kindern, sprich in erster Linie weiblichen Jungen, noch nichts geschehen ist im Hinblick auf Vergewaltigung, Mord, Totschlag, Gewalt. Ja, darum geht es im nächsten Film. Viel Spaß.